Oh Gott, Faktor nicht auf die Füße, wer ist das denn schon? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Letztens haben wir im Livestream viele unterschiedliche Quiz gemacht. Darunter wie hier. Erkennt ihr die Genshin Impact Charaktere anhand der Füße? Ich fand das ziemlich lustig und unterhaltsam, weswegen ich das nochmal nachträglich auf YouTube hochladen wollte. Falls ihr euch selber testen möchtet, packe ich mal den Link in die Beschreibung. Neben dem Erkennen der Füße gibt es dort auch noch viele andere Möglichkeiten die ihr habt, wie zum Beispiel erkenne ich die Charaktere anhand der Augen oder auch der Hände. Probiert es doch mal aus und schreibt mir gerne, ob ihr noch sehen möchtet, wie ich mich bei den anderen Kategorien geschlagen habe und berichtet auch gerne von euren Ergebnissen. So viel aber dazu, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Albedo. Nicht Albedo? Okay, ist auf jeden Fall ein Typ. Wobei, so Typ. Wir haben nicht so viele Typen, die gehe ich ja einfach mal durch. Kasu ist es auch nicht, Child ist es auch nicht, Zhongli ist es auch nicht. Komm, das ist doch Druff. Ey, mache ich zum Schluss nochmal. Das ist doch, äh, Xiangling. Bennett? Amber. Amber! Oh na, okay, wer das nicht weiß. What? Was, Bennett? Yomiya. Was ist denn hier verbannt? Ey, was ist das für Füße? Kleine Füße. Der Klee hat keine Beine frei. Doch, kein Charakter. Für mir. Das ist Amber. Sind das nur spielbare Genshin-Hippe-Charaktere? Ah, das ist Venti. Oh mein Gott, das sieht so weiblich aus. Ningguang? Ne, falsch geschrieben. Ningguang. Os? Das war richtig. Os. Ähm, das ist Albedo. Oder Yula. Traveler? Y... Oh mein Gott. Lumine, direkt der. Sehr einfallsreich von denen. Dane Slave. Zhongli. Ea. Bebedo. E. 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 Wie ist nochmal der mit den grünen Haaren? Der Dendro-Charakter. Wer ist das? Ich sollte auf jeden Fall zukünftig mehr auf Füße gucken. Fische. Nochmal Mona? Nochmal Mona. Da ist Nora. Ge-ching. 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 Hahahaha. Mh. Das ist so Amber. Hatten wir glaube ich schon, ne? Ningguang auch, ne? Ehm. Dien. Viola? Was sind... Da sind... Da sind zwei Stelzen. Wer soll das sein? Dieser. Bilok. Albedo. Auch nicht Albedo. Was sind das für männliche Füße? So viele Charaktere gibt es gar nicht in dem Spiel. Ayato. Bilok. Oh, wir wiederholen uns schon wieder. Yona. Kasuah. Well. Ichi. Oza. Und das ist genial. in 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 an an in bestimmt von einem anderen Spiel Mona hatten wir doch auch schon wer hat denn noch so astronomische Füße wir auch schon Albedo, da ist er hatten wir, Shenhel, Ayaka welche Charaktere kamen noch nicht dran? Zhao kam noch nicht dran Yangling ähm das könnte Ganyu sein könnte aber auch Shenhel sein Jaimiko, ne Jaimiko das könnte Blau sein oder auch nicht Ito Oho Hä? Was hat denn noch so kleine Füße? Ganyu kam gar nicht vor war zu ne komm schon Daniel war da ich bin gespannt wir sehen jetzt die Lösung jetzt hoffentlich ne ok das war Razer come on wer hätte das gedacht hier richtig er hat doch nicht so dünne Füße das war Sayu ok Sayu ja da hab ich mir nicht gedacht da bin ich echt mal gespannt ich hab keine Vermutung bis jetzt ah Chongyun ich spiel die nicht mal ich glaubte ich guck die mal auf die Füße nicht gedacht Chongyun ist aber richtig das wusste ich auch nicht und die Luke war schon vergeben halt irgendwie hab ich Child halt auch obenrum einfach heller in Erinnerung deswegen bin ich nie darauf gekommen dass das Child sein könnte das ist doch 100 pro Batsu oder wie er heißt als ob das Zhao ist der hat doch offensichtlich ne lila ne Schlange an seinen Faden Zhao hat das niemals ich könnte das Bild nicht zu Ende malen so welche Hufen sind das die hat ne sehr kleine Schuhgröße Domine an die hab ich gar nicht gedacht Sucrose ok Uneinigkeiten Uneinigkeiten ok Domine Sucrose Hi Sucrose 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 aber ich hätte jetzt auch eher gedacht dass es zur Lumine passt Alumine hatte ich richtig achso komm wessen was hatte ich gesagt astronomische Füße ich hab da keine Ahnung Rosaria echt hätte ich eigentlich drauf kommen können das sieht halt irgendwie auch nach Kirche aus die Farben und diese Symbole Rosaria im neuen Look Rosaria ist echt richtig so das ist Ganyu aber es gab ein ähnliches es gab noch jemand mit solchen Steinen ich erkenne meine Waifu nicht an den Füßen das ist jetzt nicht so schlimm ich bin jetzt auch keiner der privat auf Füße unbedingt steht ne ich finde meine eigenen Füße auch nicht so schön ne ich pull meine Schatz nicht anhand der Füße ist das ähm hier die Opernsängerin ich weiß dass manche auf Füße steht ich jetzt nicht Ayaka achso ich dachte das wäre jetzt Junjin ich hab da nicht auf die Socken geachtet das ist Jean achso erstmal hier gucken Ayaka ist richtig das ist doch Jean hab ich das nicht richtig Absi ich bin aber die von ihrer Schwester ziemlich ähnlich ich will es mal voll angeben dass ich weiß dass es Jean's Schwester ist so ich bin halt ganz andere und was ist das ich will es die Hände auch machen wenn ihr Bock habt ey du die Hände kann ich auch machen was gibt es denn sonst noch so ist ja echt lustig ich Untertitelung des ZDF, 2020